Herzlich Willkommen zurück zu Warp mit Gorobai. Na? Na? Da geht's zu hoch. Da ist nicht unter 30, Goro. Port Protection! Hier kommen wir her. Okay. Wir müssen weiter runter. Wo bist du denn? Gerade an dir vorbeigelaufen. Hier. Wo bist du? Ich hüpfe. Ich sehe dich. Geht hier lang, Zorro. Gut. Oh. Oh. Eisen. Will ich mal. Du willst die Hälfte vom Kuchen wieder aufhaben. Ja, guck mal. Ich brauch nichts dafür tun. Ein Stack hab ich schon mitgenommen. Ich müsste mir mal... Hast du noch Holz mitgenommen? Ja. Kannst du Fackeln machen? Oder... Was... Was hätten's denn gern? Ja, so ein paar Fackeln. Ja, das ist halt ganz schwierig. Wir... Wir halten nochmal was für eine Workbench. Wobei, nee, das ist ja auch egal jetzt. Ich hab ja nicht mehr genug Holz, um... Sonst gehen wir zur Miene zurück und holen soll's. Wie viele Fackeln hätten's denn gern? Also ein paar. Was Spiel hast du gemacht? Ich sammle sie gerade wieder ein. Ja, warum sammst du dich ja nicht ein? Okay. Ja, ich hab jetzt anderthalb Stacks halt. Okay, hier ist nix. Hm? Hm? Was? Hm? Ja, hier ist nix. Ich muss echt richtig hart rülpsen gerade. Ich lass es echt. Mach doch. Alter, Goro, das ist ne große, dunkle Höhle. Ich hab so Angst. Mit ganz viel Essenz. Das ist ein Enderman, den würde ich klatschen. Das Gold. Goro. Ein Schankladefehler. Ich dachte, das wäre ne riesige Höhle. Scheuer? Moment, ich muss eben kurz neu... Boah, ne riesige Föhle. Du kriegst die Scheiße. Ich bin da echt... Ich stand da echt so und dachte, das wäre ne riesige Höhle. Und dann hab ich so gesehen, das ist ein bisschen zu eckig dafür. Am Ende, ey, super easy kleine Höhle. Na, wobei, so easy und klein ist sie gar nicht. Nee, die ist schon ganz crazy, die wir hier haben. Hier bitte nicht. Hier ist ganz viel Gefahr. Das T in Gorobei steht für Gefahr. Das T in Gorobei steht für Mut. Boah, den Enderman mach ich. Gorobei died by Enderman. Klained by Enderman. Ich hab doch gerade noch hier Essenz, man. Ich hab auch Essenz gefunden. Oh. Oh Gott. Oh, Essenz unterm Redstone. Hat sich versteckt. Wollte mal Redstone werden. Bin ich groß für, wenn ich Redstone. Ey, ey, ey. Hören Sie mal bitte auf. Lassen Sie mal die arbeitende Gesellschaft hier für sich. Boah, Goro, ich hab ne Endlosquelle an Essenz gefunden. Boah, nee vieles Sinn. Ich hab gerade den zweiten Stack angefangen. Wie klingt das? Nee vieles. Wie klingt das? Oh, ich hab Remind. Das ist auch schön. Klingt das, ne? Da hinten am Ende der Lava ist noch mehr. Oh Mann, was ist denn hier los, Mann? Oh, guck, oh, oh, oh. Wie viel kommt denn so in der Buchse? Ich hab die Essenzhöhle gefunden, ey. Hier war auch noch keiner. Nee, hier ist ja auch keiner gewesen. Deswegen sind ja auch keine Fackeln da. Ich hab schon wieder Skelette. Die sind alle bei dir. Das gefällt mir. Obwohl, das gefällt mir nicht. Wenn du stirbst, hab ich wieder Stress an der Backe. Und umgekehrt genauso. Hol meine Sachen. Wir sollten immer Kisten mitnehmen, beide. Stimmt. Das wäre eigentlich mal so ne Maßnahme, die sollten wir uns angewöhnen. Aber nein, wir lieben die Gefahr. YOLO. You only live online. Oh, ja, genau. You online ist die Gefahr. Oh, ich hab so ein Näschen dafür. Ein Näschen? Wenn wir nach der Tour keinen Diamantenbusch haben, weiß ich auch nicht. Das weiß ich nicht. Das muss echt viel... Ich hab den Timer wieder nicht gestartet. Du hast ja, ne? Ja. Oh, Alemite. Ich hab schon wieder keine Fackeln mehr. Ich kann kotzen. Echt nicht? Ja, du hast mir doch nur neun gegeben. Neun? Ohne Mist? Ja. Ja, dann. Wir müssen uns gleich einmal treffen. Komm hier rüber, wenn du kannst. Ja, warte. Ich hab hier Dias und das Zeug. Ja, ich hab hier das Zeug gerade. Aber die Dias sind viel wichtiger. Nein. Goddammit. Brenne. Lösch dich. Du hast nen Eimer. Ach, hab ich. Boah, heilere, da bin ich der Weiche. Hörst du in Lava gefallen? Ich bin doch wieder so selber schuld, ey. Da war Essenz. Du warst schon wieder zu gierig, ja? Ja. Wieder in den Hals nicht vorgegangen. Und ich hab grad meinen Wassereimer zerstört. Nein. Das heißt, ich muss jetzt die Lava hier kurz wegbauen. Mal wieder verschwinden. Komm rüber zu dir. Ja. Echtes Real Might-Mit-Number. Wie geht das nicht? Oh Gott, ich hör Zombies. Sind die bei dir? Ja, auch welche. Ab diesmal sind die nicht bei mir. Oh ne, wie viel Real Might hier ist. Wir sterben wieder, ey. So viele Sachen, die wir nicht haben. Ich hab leider auch die Vermutung. Ach, du heiliger Kotmascher. Oh Gott, Goro. Heiler! Goro! Boah, das ist doch einer! Gott. Kommt die Nachhut. Bist du denn? Kommt der Nachtisch. Da bist du, okay, ich komm raus. Ich hab jetzt, statt Wasser hab ich einen Lava-Eimer. Das ist auch gut. Wow. Kannst du damit mal versuchen, die Lava auszumachen. Oh Gott. Ich muss mich kurz verpissen. Oh Gott, dammit. Oh, oh, oh! Was ist denn? Oh mein Gott! Hilfe! Oh Gott, dammit. Hilfe! Ja, oh Gott. Wo bist du denn? Oh Gott, dir kommen grad vier Creeper und tausend Skelette auf mich zu. Ich bin... Oder wo bist du denn? Da bist du. Ich komm in dir. In dir. Ich hoffe nicht. Warte, hier. Guten Tag. Ach, hier gibt's Wasser. Moment, das muss ich mir eben holen. Oh, jetzt haben wir grad einen Fackel. Oh, du hast Essenzen liegen lassen, Goro. Was? Hier lagen noch Krümel. Ich bin noch nicht fertig gewesen. Weg hier. Du musst die Lava verstecken. Oh Gott, hast du jetzt den Lava geworfen? Nee, hast du nicht. Okay. Klingt auch immer noch schlecht von mir. Den Wassereimer haben. Hier drüben ist doch noch ganz viel Essenz. Ich weiß, aber denk dran. Je länger wir hier sind, umso gefährlicher wird's, ne? Ach, du. Ja. Christ, die Scheiße nicht. Leuchte alles aus. Oh, es ist... Fällt mir grad, wie's läuft. Da bist du? Okay. Hier ist noch Redstone. Ja, da ist nicht. Da ist nicht was. Da ist keine Essenz. Ja, aber jetzt Redstone nehm ich mit. So. Du regenerierst gerade oder kriegst du Schaden? Regenerier gerade. Da ist ne dunkle Höhle. Fuck, 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 fuck. Was denn? Ah, da waren noch viele Zombies hier. Hinter dir. Aua. Du hältst mir mal den Rücken frei. Boah. Pass auf, dahinter sind Zombies. Oh, hier sind drei. Ah, warte. Ja, ich komm' aber auch nicht hoch gerade. Hier ist aber auch nix. Wow, gut, dass ich alle getötet hab. Coins. Coins, naja. Viel Coins. Also, ich hab jetzt 64 und 41. Warte mal, hier. Sammeln wir mal zusammen. 64, 2, 64, 19. Schmeiß mir mal das Gold zu. Ich hab keinen, doch da. Hast du noch Rupees? Ne, Rupees hab ich nicht. Ach doch, Rupee-Or, klar. Hab ich, ja. Okay, dann haben wir es jetzt schon mal so ein bisschen aufgeteilt. Alle Might hab... Ne, Real Might hab ich 22. Hab ich dir rübergeschmissen gerade. Okay, 7 Dias hab ich. Okay. Wie viel Slime-Balls hast du? Drei. Jetzt sieben. Okay. Ja, ist doch... Und ein Ei, warte, ich geb das Eisen. Ich hab ein Eisen irgendwie mit dem Mittag. Danke. Ja, passt. Dann 17 Gold, 3 Rupee. Wollen wir mal sichern gehen? Würde ich fast behaupten, ne? Unser Home ist in 100... Ich kann es zu meinem Home gehen und mich dann hochbuddeln, theoretisch. Dann weiß ich, wo die Höhle ist, oder? Total ist 150 Meter weg. Wir können im Prinzip auch hier hochklettern. Aber die Chance ist hoch, dass du auf dem Weg noch Essenz findest. Okay, ja, lass uns den Weg gehen. Außerdem brauch ich nur noch 100 Meter und dann brauch ich nur noch meinen... Gang finden und dann bin ich, äh... Oh. Geht grad nicht, ich muss hier oben nochmal... Äh, das geht nicht. Hier ist nochmal Lava. Die machen wir mal aus. Das Green Might. Bist du real? Nein, es war einfach nur Eisen. Komme ich jetzt oben lang, besser lang? Wieso verwechselst du... Nee, warte, wir dürfen uns nicht aus den Augen verlieren. Wo bist du denn? Da bist du. Komm, komm hier rein. Wieso verwechselst du real might immer mit Eisen? Sieht das so ähnlich aus bei dir? Mhm. Bei mir sticht das voll heraus. Dawn ist Party. Pass auf. Oh! Was ist das denn für ein Loch, Alter? Was ist das hier unten? Hm. Leerer Gang. Oh, ich dachte, das wäre der Weg zum Himmel. Der Weg! Okay, ne. Offenmals ist der Weg, das Ziel. So, 70 Meter in die Richtung. Nice, Digga, nice. Die Höhle ist echt gut. Du kannst da fast komplett hinlaufen. Okay, hier ist Ende. Dann buddle ich mich jetzt in die Richtung. Wir sind sogar noch auf Höhe 28. Da können wir das Essence-Zeug noch mitnehmen. Wir sind auch um einiges reicher geworden. Ja, wenn wir jetzt... Oh, Wasser. Pass auf. Hauptsächlich an Erfahrung. Toll. So ein Wasser... Oh, ne, Vieh. So ein Wasserbecken. Ertrink bitte nicht. Warte, ich mach das Wasser weg. Ah, ne, geht nicht. Ist so ein riesiges Becken. Da musst du durch kurz. Es ist nicht weit. Schaffst du es? Okay. Wäre fast der Trunk. Ich dachte schon, da hast du lange gebraucht. Du bist schuld. Nein, es dauert halt einfach nur länger. Oh Gott, lauf wir doch nicht in die Hacke, ey. Go by Slate. Durch Nephias. Durch Nephias Hacke. Ja. Hackel, George. Kann man eigentlich so langsam hoch gehen, glaub ich. Ich bin auch die Kohle hier auf dem Weg mit. Wie lange haben wir denn noch? Äh, wir haben zwölf Minuten schon. Also hoch kommen wir auf jeden Fall. Und aufteilen können wir auch noch. Natürlich hat er keine Schaufel mehr. Der, hier. Aber der hat sie erledigt. Am Ende kann es sein, dass du dann nach vorne gehst, wegen der Erde. Sollten bald oben. Wir können hier nicht raus, Nephi. Warum? Wir sind direkt unterm Schloss. Wird doch geil. Dann bauen wir es wieder zu, oder? Bauen wir uns beide einen Gang nach oben und bauen uns hoch. Oder? Was willst du? Wir sollen uns jetzt einfach hoch holen. Ja, wir sind neben dem Schloss, nach meiner Karte. Ansonsten passen wir das oben an, ne? Sieh halt nichts. Auch gerade nichts. Machen wir hier so ein Lampenloch. Die, die, die. Das licht schon. Oh nein. Du siehst das licht schon? Am Ende des Tunnels. Ah, da. Oh, ist das jetzt am Schloss, oder? Ne, außen. Ne, innen. Okay, dann müssen wir wieder mit Erde zumachen. Vor allem, war gut, war gut g'schnackt. Okay, wissen wir, wo wir hin müssen? Wie, wo wir hin müssen? Warte, ich stelle hier einen Cobblestone. Mach ne Fackel hin. Auffälliger geht's nicht mehr. Total unauffällig. Was hier wohl unter diesen Cobblestone ist? Auf jeden Fall keinen Gang. Ich hab da jetzt nur eine Fackel hin gemacht. Jetzt such nicht den Cobblestone. Schön. Ist schon bei dir zu Hause? Ich bin zu Hause. Auffälliger geht's. So ein dicker Stein. Hier. Hast du eine leere Kiste irgendwo? Hier unten. Ah, ne. Nimm die hier unten rechts. Wir packen uns alles Gute rein hier. Ja. Die Kohle hab ich auch. Karo Blocher. Ich glaub, das war's. Ja, wow. So. Du Sortier-Nase, du. Äh. Das ist jetzt blöd. Bist du sicher mit der Essenz? Es wäre besser, wenn wir... Ach so, dann soll... Ne, die kriegst du ganz. Genau. Wenn wir unsere Essenz halt bündeln, weißt du? Nimm die Essenz... Nimm du das dann oben, ich nehm das unten. Dafür hab ich dann halt ein Diamer erst mal. Alles klar. Das ist ein Wort. Ja. Dafür hast du dir Essenz. Ja, das ist ein Wort. So, hä, ich hab ja bald die Büsche. Hä, hä, hä. Ich hoffe auf jeden Fall, dass das was wird mit den Büschen und dass die DIA-Dinger, nicht dass da wirklich nur drei Seeds rauskommen und dann bleibst du bei drei Seeds, weißt du? Ja, ne, ich glaub, da kommt schon irgendwann genug raus. So, jetzt kann ich hier ohne Ende Zeug in die Kisten packen. Aber die teilen wir auf jeden Fall, Brüder. Oh, ich hab noch zwei Essenz in der Kiste, die ich jetzt auch mitnehmen können. Ah, ist ja geil. An den scheitert's jetzt. Oh, mir fehlen genau zwei Essenz. So ein Mist aber auch. So. Wir haben nicht mehr so lange Zeit, aber ich würd gern nochmal testen, wie das ist mit der Essenz. Schaffst du. Schaffst du, sagt er, schaffst du. You can do it if you really. Ich hab super doll Hunger, ey. Es ist gut, dass jetzt gleich Schluss ist. Aha. Ich hab sechs Dias mittlerweile. Okay. Auf geht's, auf geht's, Leute. Oh, die Büsche wachsen ja auch von alleine. Verkloppen wir hier den ganzen guten Shit rein. Boah, ich kann, äh, Eisen kannst ja dann scheißen, ey. Das ist ja... Fabartig. Widerlich. Wie viele Seeds du hier rauskrieß, ey? Können wir die irgendwie verticken an andere, die nix davon wissen, wie teuer das ist? Hier, guck mal. Boah. Ah, boah. Ey, willst du Seeds kaufen? So, warte mal, wie viele... Ich muss jetzt ganz viele kleine machen erst mal, ne? Ich hab mich jetzt nicht näher damit beschäftigt. Ich geh mal davon aus, du willst schon wissen, was du tust. Ja. Also wir wollen auf jeden Fall keine... Tomaten-Seeds haben. Kann man auch aus Tomaten-Seeds machen? Tomaten und Strawberry kannst du machen. Und Cucumber und Sweet-Corn und Blackberry und Raspberry. Kann man aus dem Rupee-Schwert, äh, kann man aus dem Rupee ein Schwert machen. Das wäre natürlich jetzt auch geil. Oh, du kannst sogar Melon-Seeds machen. Das brauchen wir auch nicht. Naja, gut, dann kannst du halt daraus Kohle-Seeds machen. Das war's dann halt. Nein, 4.000 Uses, 9 Millilie-Damage. Nee, das nutzt sich nicht. Das lohnt sich ja mal gar nicht. Was ist das? Eine Rupee-Lampe. Boah, dass man das nicht ziehen kann, ey. Das ist das Schlimmste. Ja. Enderschwert. Wie baue ich denn das? Shadow Bar. Nee, viel. Das scheitert genau an 4 Essenz. Echt? Ich hab 6 in der Kiste. Nein, also so... Mach einmal dein Feld leer, dann hast du die auch. Ja, wobei es scheitert doch mehr. 5 Medium Essenz haben wir. Warte mal, daraus können wir dann eine Large machen. Da kannst du eine Large machen, genau. Eine Large haben wir schon mal. Eine von 5. Neu. Und dann haben wir noch 4 Small und 5 Essenz. Läuft bei mir, Leute. Läuft bei mir. So, wir haben 19,5 Minuten. Ich würde sagen, vielen Dank fürs Zusehen. Schaltet in der nächsten Folge wieder ein. Bis zum nächsten Mal. Nefias. Tschüss. 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 Untertitelung des ZDF, 2020